Hallo und Grüß Gott, mein Name ist Martin Zauner. Ich bin Leiter des Departments Customer Care in der Salzburg AG und gleichzeitig auch Geschäftsführer der Salzburg AG Kundenservice GmbH. Wir behandeln alle Kundenanfragen, die reinkommen, sei es telefonisch, sei es per E-Mail und sind 24 Stunden am Tag, jeden Tag im Jahr für alle Kundenanfragen da. Die häufigsten Kundenanfragen, die wir haben, betreffen natürlich die Stromanmeldung, die Stromabmeldung. Wenn jemand in eine neue Wohnung einzieht, dann braucht er dort die Produkte von uns, sei es Strom, sei es Energie in Form von Gas, Fernwärme, aber auch jetzt ganz verstärkt in letzter Zeit auch unsere Internetprodukte sind sehr, sehr gefragt. Neben dem Kundencenter am Gebirgsjägerplatz in der Stadt Salzburg, wo die Kunden persönlich vorbeikommen können, gibt es auch eine 24-Stunden-Hotline. Einer der Mitarbeiter hier ist Sebastian Traugott. Seit er zwei Jahre alt ist, ist Sebastian blind. Im Callcenter kümmert er sich seit einigen Jahren um die telefonischen Anliegen der Kunden. Mein Job ist da die Betreuung der Vermittlung, das heißt jeder, der bei uns anruft über die Hauptnummer oder schon einen Ansprechpartner hat mit Durchwahl, der landet, falls der betreffende Kollege nicht abhebt, dann bei mir oder bei meinem Kollegen. Und wir geben ihm dann eben die Auskunft, ob er gerade besetzt ist, ob er gar nicht im Haus ist oder nehmen gegebenenfalls Rückrufe auf. Also die Blindheit ist bei mir im Kleinkindalter schon festgestellt worden. Deswegen habe ich auch keine aktiven Erinnerungen mehr an irgendwelche Farben, Umrisse oder sonst irgendwas. Was mir aber bei der Jobsuche, naja, es hat mich vor gewisse Hürden gestellt, aber jetzt nichts, was man nicht meistern kann. Ja, der Sebastian, unser unser blinde Mitarbeiter, ist über Vermittlung von ProMente zu uns gekommen. Die haben uns das angeboten und vorgestellt und auch betreut und auch dafür gesorgt, dass wir ihn gut aufnehmen können und auch mir und den anderen Mitarbeitern auch etwas die Ängste zu nehmen, weil es ja doch ja nicht alltäglich ist, dass eine blinde Person im unmittelbaren Arbeitsumfeld ist. Sebastians Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr. Da habe ich aber schon meine ganzen Computer gestartet. Ich schaue immer, dass ich recht früh da bin. Vorher brauche ich immer noch einen Kaffee. Ohne den bin ich nur der halbe Mensch, gell? Ja, dann setze ich mich da her und warte eigentlich nur auf die verschiedenen Anrufe, die da so täglich einkommen. Damit Sebastian seinen Job bestmöglich machen kann, braucht er einige technische Hilfsmittel. Genau, also ich habe da auf meinem Schreibtisch einen Laptop und einen zweiten Rechner, der als Telefonserver fungiert. Bei beiden Rechner ist eine spezielle Tastatur angesteckt, die sogenannte Preilzeile. Auf der kann ich mit den Fingern ablesen, was da der Bildschirminhalt ist, also was genau angesagt wird. Sei es jetzt die Anrufernamen, die Telefonnummern oder auch den Status in der Telefonanlage. Sebastian arbeitet sehr selbstständig und braucht kaum Hilfe im Arbeitsalltag. Ein gewisses Maß an Aufklärung sowie das Abbauen von Berührungsängsten und auch Achtsamkeit im täglichen Zusammensein spielen aber eine große Rolle. Was heißt das? Nicht irgendwo Gegenstände am Gang herum stehen lassen, wo er darüber stolpern kann. In der Küche irgendwie spitze Gegenstände wieder sicher verstauen und nicht einfach herumliegen lassen. Und insofern war es dann für uns auch doch für das soziale Teamgefüge eine tolle Sache, dass wir ihn bekommen haben, ja. Ich bin da drin mit offenen Armen aufgenommen worden. Also Berührungsängste in dem Sinn hat es keine gegeben, nur ein paar Bedenken, die man aber über ein persönliches Gespräch dann sehr schnell aus der Welt geschafft hat. Das meiste spielt sich in die Köpfe von den Leuten ab. Die haben noch dieses veraltete Bild von einem blinden Menschen so quasi, der kann eh nicht mehr machen, wie er ein bisschen telefonieren oder Körbe binden oder solche Geschichten und ansonsten ist ihm zu nichts zu gebrauchen. Man muss einfach mal umdenken lernen, auf den Menschen an sich zugehen und ihn auch wirklich so wahrnehmen, wie er der Einzelne wirklich ist. Also was mir ganz wichtig ist, nie Vorurteile haben und auch keinen nach dem Äußeren beurteilen, sondern den Menschen immer erst kennenlernen und dann sich eine Meinung bilden. Wenn Sie Interesse an einem Job beim Green Tech Unternehmen Salzburg AG haben, dann melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at slash karriere www.salzburg-ag.at 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 www.salzburg-ag.at